Da hoch, um die Kurve rum, da wieder hoch Mir ist so speiübel Oh scheiße Wir sind in Rosasarge Angekommen So, wir fahren jetzt zum Couchsurfer hinterher Wir haben uns das mal ausgerechnet, wir wollen in Marrakesch sein, zu Silvester Und das reicht einfach nicht mehr, wenn wir hier noch einen Tag dranhängen Deswegen, wir sind heute leider fahren Ja, wir könnten gerade so am 31. ankommen Aber es war schön hier und wir haben uns richtig toll unterhalten Und eine Superfamilie wieder kennengelernt Und jetzt gibt's Frühstück Sieht gut aus Also, da sind diese Filmstudios Wir haben jetzt aber keine Zeit mehr, um uns das genau anzugucken Uns wurde aber gesagt, dass hier große Kinofilme schon gedreht wurden Und vor allem, ich zitiere, Filme mit Gewalt und Krieg und Rebellion Weil es ist die Umgebung, das wir so gut eignet Nach Rosasar steuerten wir unserem nächsten Ziel entgegen Dem Tisin Tishka Pass im Hohen Atlas Dort erwarteten uns ein paar saftige Höhenmeter Dafür aber auch eine wunderschöne Landschaft Wir sind jetzt in Alt-Ben-Hadu Und hier ist richtig was los Ja, richtig krass, das sind hier alles Touristenautos Und Die sind hier alle wegen Warum so viel Verkehr war bisher Ja, ja, total Die sind hier alle wegen der Kasper Es ist auch gar nicht so groß Es ist nur die Kasper Es ist nur die Kasper tatsächlich Wir haben jetzt hier keine 5 Minuten durchgebraucht Ja Es geht mit Spaß Ja Wir sind jetzt auf 1314 Untertitel Nummer vor Nein von Das war's. Das war's. Ich muss es mal kurz festhalten. Da hoch, um die Kurve rum, da wieder hoch. Um die Kurve rum, da hoch und dann nach hinten weg. Das ist ja klar. Wir haben jetzt schon 100. 100 hoch. Innerhalb von 1,5 Kilometer sein, wenn es hoch kommt. Wahnsinn. Wie die Berserker. Ja. 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 Alles ums Eck. Und dann da unten wieder hoch. 15 Prozent. Mindestens. So, wir sind jetzt oben. Das wäre so speiübel. Ich zitter und ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich wieder gerade ausschauen kann. Ich hatte auch die Schaukarten am Zeltplatz. Ich glaube, er hat noch was gefunden. Irgendwo da hinten. Mini ist unglaublich super tapfer, weil sie so klein ist. Und so wahnsinnig krass den Berg hoch. Hochmört. Ja. Ja. Als wäre sie mindestens doppelt so groß. Wirklich. Heiden Respekt. Du bist richtig cool. Danke. Ich fahrs gleich. Okay. Auf zum Zeltplatz. Dann gucken wir, wie er hinkommt. Ich bin super stark. Jetzt bin ich ja schon rum ums Eck. Jetzt bin ich ja schon rum ums Eck. Jetzt bin ich ja schon rum ums Eck. Oh. Oh je. Oh. Oh. Okay. Oh. Oh. Oh scheiße. Daniel. Ach man. So, ich habe keine Kraft mehr. Ich kriege noch nicht mal mehr das Rad hoch. Ich schaff es nicht mehr. Ich kriege es nicht mehr. Okay. Ich schaff es wirklich nicht mehr. Ah. Ah. Die Lipp. Okay. Mini Kleiner hat Bauch wie weh. Ja. Oh ne. Kämpft sich. Der tapferste Mensch den ich kenne den Berg hoch. Oh mein Gott. Boah krass oder? Oh mein Gott. 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 Untertitelung. BR 2018